Es war ein betont buntes und multikulturelles Amerika, dass Joe Biden am Tag zwei sein Vertrauen aussprach. Vertreter von 57 Bundesstaaten und Territorien verkündeten die demokratischen Vorwahlergebnisse bei der formellen Nominierung. Das große Versprechen des Abends war aber zurück zur Normalität mit Joe Biden. Er stehe für verlässliche Politik bei Themen wie Gesundheitsversorgung, Außenpolitik und nationale Sicherheit. Frühere Amtsträger wie Präsident Bill Clinton und die Außenminister John Kerry und Colin Powell, der übrigens Republikaner, beschworen Bidens Führungsqualitäten, seine Ruhe und Erfahrung. Die Strategie dahinter? Den Kontrast zum derzeitigen Präsidenten herausarbeiten und Biden als Gegenentwurf präsentieren. Zum Beispiel als Brückenbauer über Parteigrenzen hinweg, dokumentiert durch seine Freundschaft zum verstorbenen republikanischen Senator John McCain. Die stärkste Botschaft an die Wähler kam aber von Ehefrau Jill Biden. Sie stellte die Bidens als normale, nahbare Familie vor, die Schicksalsschläge gemeinsam überstanden hat. Eine, die für Werte steht. Eine Familiengeschichte, die Biden dafür ausstatte, auch die zerrissene, krisengeschüttelte Nation durch Schwierigkeiten führen und heilen zu können, so Ehefrau Jill. Es sind große Versprechen zur besonderen Eignung von Joe Biden. Erwartungen, die er bei seiner Rede am Donnerstag einlösen muss.